Was? Analyse, Labor, Dekontaminierungs... Ach Gott, da unten, du machst mich doch echt, du machst mich fertig, ey. Ich weiß gar nicht, was ich hier alles übersehe. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich fühle mich irgendwie im Dunkeln sicher. Ja, da kommt es jetzt raus, glaube ich, oder? Oh, das ist hinter mir rausgekommen. Okay, ich sterbe. Auch wieder eine Million Jahre nicht gespeichert. Oh, ey, Spiel, du willst mich, du willst mich fertig machen, aber sowas von. Du bist echt der Endgegner. Da ist es. Ist es noch hinter der Tür? Muss da schon wieder rein, ne? Naja, klar, ich muss da wieder durch. Und wohin? Da unten rein! Ja, leck mich fett, ey! Ich möchte einfach nur... Ich möchte... Ja, ja, hm. Es riecht mich wahrscheinlich hier wieder gemütlich. Nee, nee, du findest mich hier nicht. Nein, nein, nein. 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 Alter, Vater, das... Kann unmöglich dein Ernst sein. Ja, jetzt... Würde ich sagen, nicht unbedingt Beine in die Hand nehmen, aber... Auch nicht unbedingt... Ich hör's doch schon wiederum poltern, oder? Es ist aber ungehalten. Boah, bitte, ey. Ich weiß nicht, was ich da hinten... Ob ich da hinten hin muss? Nee. Oder doch, da muss ich durch, ne? Komm ich hier, komm ich... Vielleicht da durch? Nee, ich glaube, ich würde sagen, ich muss da hinten durch. Oder? Das ist aufgegangen des Alien-Wegens. Warte mal. Da, wo es rauskommt, muss ich rein, ne? Mhm. Ich hab einen Flammenwerfer. Es muss... Ich muss immer leckerer riechen. Ich muss immer leckerer riechen, ehrlich. Ist es wieder in den Schacht rein? Oh, nein. Warum ist denn das jetzt weggelaufen? Was? Weil ich den... Weil es Angst vor dem Flammenwerfer hat? Quatsch. Oh, was? Oh! 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 Ja, das ist hier über mir und kommt gleich da rein. Hallo? Hat mich gesehen? Nee! Hä? Okay. Okay. Schnell speichern! Und dann kann mir nichts mehr passieren. Alter, ich... Warum greift mich das noch an? Muss ich früher... Oh Gott, ey. Alter. Betätigen Sie den Leistungsschalter des Analyselabors. Ich sterbe einfach nur. Ich sterbe einfach nur. Wie viel habe ich noch? Flammenwerfer 249. Oh! 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 Okay, was soll ich denn da machen, Mann? Ich kann das doch nicht benutzen. Außerdem, jetzt läuft das Kacken. Fieh ich da die ganze Zeit her. Komm, mach dich weg. Komm. Das beobachtet mich da, oder was? Oh! 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 Es läuft natürlich jetzt selbstverfreilicht die ganze Zeit durch diesen Raum. Natürlich! Ja, aber klar. Natürlich. Schugge, schugge. Da, 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 da. Komm, ja, weg. Da, 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 da Jetzt steht's gerade, natürlich. Oh, jetzt ist es... Ich geh jetzt einfach mal hier hoch, weil... Keine Ahnung. Das hört es doch, natürlich. Aber ich hab'n Flammenwerfer! Ich hab' keinen Plan, hey. Ich hab' keinen Plan. Ich hab' keinen Plan. Ach, da ist schon wieder so eine blöde Kamera. Ey, das hat mich schon Zugangscode benötigt. Ah, Scheiße. Da vorne ist es schon. Oh, ich sterbe einfach noch. Bewegt es sich nicht. Und da muss ich irgendwo hin. Ja, ich hab' keine Ahnung. Und was ist hier? Aha. Schloss mit Zugangscode. Tja, wo krieg' ich den mal? Oh, das ist ja nur so eine Kiste. Darf will ich da überhaupt dran? Da. Der Ion... Ja, der Ionenschneider? Hier bestimmt. Terminal. Ich kann nix mehr lesen gerade. Ich mach' mir einfach nur in der Hose. Zubehör-Fehler-Audio. Privat. Abwarten. Ist das irgendwo ein Code? 2743. Ah. 2443. Drei. Alter, ich... Was ist drin? Ja, geil. Nichts, was ich brauchen kann, oder wie? Boah, das geht meinetwegen immer auf, ne? Ich möchte einfach nicht mehr. Was kann ich denn jetzt machen? Oh, ey. Da ist es... Kann ich irgendwas anderes noch benutzen? Nee. Läuft hier schön gemütlich rum. Rechts natürlich. Wahrscheinlich muss ich da auch wieder hin. Oh, da bin ich doch hergekommen. Aktivieren Sie den Leistungsschalter der Gemini-Anlage. Komme ich da irgendwie rein? Geht die Kamera irgendwie weg? Wahrscheinlich steht jetzt das Alien und wartet nur auf mich. Natürlich. Hier komme ich gar nicht... Doch, da komme ich doch weiter. Oh ja, dass sich das so spät aktualisiert hier. Ja, an den Container kann ich jetzt echt nicht gucken. Aber ich könnte mal... Ähm... Das mache ich gleich. Lieber. Weil es auch so wunderschön ist und Spaß macht. Weil dieses Kack-Alien einfach durch diese Riesenlüftungsschlitze klettern kann. Und ich natürlich nicht. Gut. Okay, okay, okay. Schnell drunter, 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 drunter. Und Medikid. Achso, ich muss es jetzt benutzen zum... Alter, Vater. Ich gehe einfach kaputt, ey. Da ist Schnodder. Da sollte ich vielleicht... Also da ist Alien-Schnodder. Vielleicht sollte ich da nicht durchmarschieren. Ach, guck mal. Siehst du, da muss ich sogar hin, oder wie? Ach, Quatsch. Schnell verstecken, weil... Es kommt bestimmt jetzt gleich. Weil ich es ja wieder gecheckt habe, dass ich was gemacht habe. Und wieder zurück. Ey, das ist echt... Das ist ja so schrecklich. Und da steht es dann direkt vor mir. Ah, ah. Ja, bei dem Sound kommt es dann natürlich nicht, ne? Ich schaue mich gar nicht um. Alter! Was? Wohin muss ich? Oh, was? Ähm. Was? Jetzt hier wieder raus, oder wie? Alter, nee, ne? Wo waren hier die Speicherspekulats? Ey, das... 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 Nee. Der war doch hier irgendwo, oder? Da ist doch der Speicher. Warum ist denn der mir nicht eingetragen? Eingetragen? Boah, weil... Das macht mich ja... Wer fertig ist. Bitte lass mich speichern. Bitte, bitte, bitte. Oh, Gott sei Dank. Oh, bitte. Oh, Gott. Aber ich bin, glaube ich, total wieder angespannt und weiß ja nicht was. Okay, ich habe volles Leben. Ich laufe jetzt da langsam rechts raus. Muss ich das hier noch benutzen? Bevor ich gehe? Nee, Leistungsschalter zurück. Sch... Sch... What the fuck, ey? Das kann ich gar nicht... Sagen, wie sehr ich mich jetzt hier wieder... Grusel grad. Alter, Vater. Okay, hier muss ich also wieder raus. Flammenwerfer. Und das Alien kommt hier gleich wieder irgendwo rausgehüpft. Hallo, da bin ich. Habt ihr mich schon vermisst? Hier komme ich überall nicht raus. Okay. Äh, da vorne. Alter. Ey, mein Rücken tut so weh. Ich bin so angespannt. Ja, ja. Ja, ja, da bin ich. Hallo. Na? Hab dich gerochen. Hab dich gerochen und bin deine Färze gefolgt. Ja, geradeaus vielleicht, weil es dann ein bisschen näher ist. Was ist denn das? Klettern sie mit E. Finde ich schön, dass es mich sieht. Das wäre doch jetzt hier auch was für so eine schöne Verfolgungsaktion hier im Schacht. Oder? Das wäre doch schön. Das hatten wir doch noch gar nicht. Äh, 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 äh. Nee, da will ich gar nicht rein. Ich konnte was benutzen da. Ey, dieses Geräusch, was ich mache beim Laufen, ist halt auch... Ach, hier bin ich wieder. War das... Muss ich links rum? Ich will mich kurz verstecken, oder? Okay, na, ist ich... Oh. Alarm! Ja, aber ich... Muss ich da geradeaus dann weiter, oder? Ich kann gar nicht sagen... Oh, dann muss ich auch noch neu verkabeln. Na, na, klar doch. Ja, aber sicher. Und ich weiß ja noch gar nicht, was ich überhaupt neu verkabeln muss. Da kommt's doch jetzt. Und ich weiß... Ja. Ja, äh. Ja. Ja. Ja.